14. Januar 1963 Deine Leiden werde ich vermehren und steigern, aber ich gebe auch kraftspendende Gnade dazu, damit du Mut habest. Wie ich merke, bemühst du dich, dich ganz mir zu überlassen. Das ist eine Gnade, die deine Seele beherrscht. Verliere sie nie. Satan weiß darum. Mit all seiner Kraft will er dich diese Gnade berauben. Ich lasse es zu, damit er sieht, was diese Gnade in deinem Herzen bewirken kann. In diesen Tagen bat mich die heiligste Jungfrau gütig und mütterlich. Meine kleine Tochter, sei sehr demütig. Diese ihrer Worte empfand ich, in meinem Inneren so wohltuend, als ob sie die Demut in meine Seele gleichsam hineinstreichelte und sie zugleich darin befestigte. Jetzt gab mir der Herr Jesus zu meiner Stärkung eine wunderbare Gnade. Nicht seine Anwesenheit ließ er mich empfinden, sondern er schaute mich mit dem durchdringenden Blick seiner Augen, begleitete mich und sprach, Meine kleine Tochter, schau auf mich. Unsere Augen schauen ineinander. Unser Blick verschmelze sich. Dieser wunderbare Blick, den ich noch niemals gesehen oder der in meiner Seele begleitet, half mir zu großem Sieg in den schrecklichen Versuchungen Satans. Der Herr Jesus sprach erneut, Schau nur auf mich. Hör nicht auf mit dem Betrachten meiner Augen, denn in dem neuen Kampf, da Satan versucht, in deine Nähe zu kommen, wird der Blick meiner Augen Satan blenden. Das wird noch nicht im Bälde sein, denn ich lasse nur zu, dass er dich versuche. Unser Blick verschmelze sich. Als dies geschah, weinte und schluchzte ich über meine Sünden. Da wurde es meiner Seele leicht. Herr, nachfragte ich den Herrn. Mein anbetungswürdiger Jesus, was empfindest du jetzt? Als Antwort auf meine Frage ließ er mich wahrnehmen, dass er alle so empfängt, sie sollen nur ihre Sünden bereuen. Meine Tochter, sorge dafür, dass viele bekehrte Sünder zu mir kommen. Beweine und bereue auch ihre Sünden. Gelobtse Jézus Christus. In Ewigkeit. Amen.